Eigentlich könnte man sagen, durch wachsende Nachrichten, die wir da aktuell bekommen, wir haben keine so guten Nachrichten aus China, weder in der Produktion, in der Industrieproduktion, noch was die Corona-Situation angeht, das jüngste Ereignis in Shanghai, wo Panik ausgebrochen ist in einer schwedischen Möbelhauskette, nur weil man gesagt hat, ihr müsst jetzt alle in die Quarantäne, weil hier war ein Anstecken. Das macht alles nicht viel Mut, denn das zeugt, wie fragil möglicherweise die Chinesen noch sind mit ihren Corona-Maßnahmen. Ein kurzer Blick deshalb mal auf den asiatischen Markt, den Shanghai, dann sehen wir eigentlich eine tolle Situation hier, eine schöne Standardsituation, Schub hoch, wackelig runter. Aktuell eigentlich alles bestens im Lot, außer dass der Markt ein bisschen verhalten reagiert hat, aber er hat eben nicht schlecht reagiert. Und ob daran der Zinsschritt um 10 Basispunkte nach unten der chinesischen Notenbank der Schuldige ist, das bleibt mal außen vor. Also gute Standardsituation eigentlich in Shanghai, beispielsweise hier mit dem Composite-Index. Wir sehen, dass wir auch hier einen schönen Anstieg haben. Ich will das nur mal ganz kurz andeuten, das werden wir, naja, machen wir es mal gerade richtig hier, also hier quasi nie los. Wenn der Kurs hier wackelig runter käme, so in dem mittleren Bereich, vielleicht 3.200, hätten wir sogar im Kleinen einen Einstieg, wer es nicht gut sehen kann. Im Großen, so auf Tagesebene, wären sie zwischenhoch irgendwie so aus dem Juli raus. Das liegt dann in etwa bei 3.310, so Pi mal Daumen. Aber warum in die Ferne schweifen, was macht, naja, anders auch in der Ferne, was macht Amerika, ist genauso weit weg, aber viele fühlen sich mehr verbunden. Der Markt geht weiter nach oben, ihr seht das, wackelig die Abwehrzeite, 5 Minuten Chart. Wir hatten am 12. abends so einen Schlusskurs hier, dann ging es nachts so ein bisschen runter, weil man sich nicht sicher war. Und zack, heute Mittag, kaum ging es los, die Kurse schießen wieder nach oben, also nach wie vor. Die bullische Seite ist die starke, man kann noch so sehr Unkenrufer sein. Ich kann es fundamental nachvollziehen, wenn man Unkenrufer ist aktuell. Es gibt gute Beweggründe, vorsichtig zu sein. Und die Marktteilnehmer sind es nicht. Und so lange muss man diese Bewegung eben mitlaufen oder mitnehmen, also mitlaufen mit der Bewegung oder diese Bewegung mitnehmen. Also, nach wie vor ist es die bullische Bewegung. Jetzt noch kaufen? Ja, wenn ihr kaufen wollt, dann im Großen finde ich es nicht gut. Ich weiß, viele sagen, naja, aber jetzt ist er doch schon gestiegen. Ja, aber früher oder später, es ist so typisch, dass es so passiert. Und ich sage euch, wenn ihr kauft, ist es häufig da, dann macht der Kurs das, dann verliert er eine Menge Zeit, dann kommt er sogar nochmal in die große Korrektur, nachher geht es vielleicht sogar weiter. Das ist so das übergeordnete Bild. Bleiben wir aber im Kleinen. Wenn ihr heute Nachmittag mal drauf guckt, heute in den Abendstunden und ihr kriegt vielleicht sowas in der Richtung. Das finde ich wiederum toll. Da kann man dann auch heute Abend nochmal einsteigen oder im Laufe des Spätnachmittags, wann auch immer das passiert. Also, Bewegung, die stark in eine Richtung, ja, haben wir, wackelig in eine andere, deutet sich an. Ist noch zu früh. Mindestens bräuchten wir ein Dreiweller. Ja, gerne auch ein Mehrweller mit Kursüberschneidung, sowas in der Richtung. Aber ihr seht schon, es spricht extrem viel dafür, dass die bullische Richtung noch gilt. Wie lange gilt die? Ja, keine Ahnung, aber ich erkenne es recht frühzeitig. Wenn wir nämlich solche Bewegungen sehen, nicht long gehen. Dann sogar eher shorten, wenn der Kurs mal wackelig in die Gegenrichtung geht. Das ist sehr einfach formuliert. Man denkt dann, so einfach kann es doch nicht sein. Aber häufig ist es tatsächlich so. Habt ihr eine starke Aufwärts, ja, habt ihr eine A, B und jetzt noch eine C nach unten. Dann wären wir dreiwellig. Dann wären diese Zwischenhochs. Ich mache es nochmal einmal in groß, damit ihr es besser erkennt. Aber hier gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Aktuell, denn wir sind ja noch nicht so weit. Das ist dieser riesige Anstieg, den wir hatten im Laufe des frühen Nachmittagskurses vor der Börseneröffnung. Dann in die Höhe geschossen bis circa 16 Uhr. Und wenn wir jetzt so eine A, B, C kriegen, denkt immer an diese Zwischenhochs, wo auch immer die dann liegen werden. Im Moment könnte das so um die 4.277 in etwa sein, wenn ich hier den Future mehr angucke. Dann wäre das ein Trigger für die Aufwärtsseite. Also merkt euch mal, dieses Verhalten ist immer noch bullish. Es ist immer noch die Stärke auf dem Weg nach oben. Da hat sich noch nichts dran geändert. Auch das, was ich letzte Woche gesagt habe. Hier dieses Umkehrsignal, hier das war dieses mögliche Shootingstar, was ein Umkehrsignal ist, ist ja nicht mal getriggert worden. Was soll man denn dann sagen? Die Marktteilnehmer wollen halt jetzt nicht runter. Vernünftig oder unvernünftig spielt dabei keine Rolle. Sie wollen nicht runter. Also machen wir bei der Party halt mit. Allerdings nicht um jeden Preis. Buchstäblich nur dann, wenn wir schöne Rücksätze haben. Beim Nasdaq gefällt mir das nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir, guckt euch das mal an hier, im Verhältnis zu den anderen. Zwar steigende Hochs, Entschuldigung, steigende Hochs, aber die Tiefs sind auch steigend. Problem ist allerdings Überschneidung. Der ist niedriger als die vorherigen hier. Das finde ich nicht gut. Ja, hier hatten wir sogar auch noch mal eine Überschneidung. Alles nicht gut. Also Nasdaq finde ich am wenigsten attraktiv. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Short ist. Aber wenn ich mich für einen entscheiden muss, finde ich den hier, den S&P oder den Dow Jones, deutlich besser. Wie sieht es beim DAX aus? Naja, im Wesentlichen gleich. Auch der zeigt absolut keine Schwäche. Wir sehen es hier. Widerstände werden korrektiv angelaufen. Es hat sich nichts geändert seit vor dem Wochenende. Egal wie die Zahlen, wie die Stimmung, die sonst irgendwas, also die gemessene Stimmung ist. Das, was die Charts sagen, ist, wir sind immer nur auf der Kaufseite. Also, lasst euch nicht einlullen im Sinne von, ich kaufe jetzt einfach. Es kann gar nicht schief gehen. Denkt immer dran, ein Rücksetzer ist realistisch. Deshalb nutzt vergünstigte Einstiege. Dass ihr sagt, zack, wackele ich runter und das nutze ich. Und jetzt ist wichtig. Das ist so ähnlich wie das, was ich eben bei den Amis gezeichnet habe. Jetzt ist es wichtig. Geht dann nicht davon aus, wenn ihr so ein Ding habt, so, dann steigt er auf 20.000. Das ist grober Unfug. Klassisch ist, dass wir das, was wir vorne haben, da hinten nochmal bekommen. Das heißt, wenn ihr ungefähr so eine 1 zu 1 Relation, merkt euch den Preis noch nicht. Der bringt nämlich nichts, weil wir haben den Tiefpunkt ja noch nicht. Dann kann ich auch das noch nicht ausrechnen, wie hoch das Ziel dafür ist. Aber merkt euch, so die erste Bewegung, die da hinten nochmal. Sag ich mir, wenn ich ein Zeigentool kaputt gehauen, so jetzt nochmal hier. Die da hinten nochmal. Das ist relativ einfach. Könnt ihr mit Zeigefinger Daumen grob einschätzen, dann habt ihr eine Idee. Wenn diese Zone hier dann erreicht ist, dann solltet ihr euren Stopp ungefähr auf dem Einstieg nach. Entweder nehmt ihr Gewinne mit da oben und sagt, komm, ich habe meinen Spaß gehabt, ich gehe mal wieder raus. Aber auf der anderen Seite, wenn der Markt doch jetzt so schön läuft. Ihr seht das hier. Ein anderes Beispiel. Schub, zack und Fortsetzung. In dem Fall war es nicht ganz 1 zu 1. Es ist also nicht immer verpflichtend, dass es so lang ist. Aber ihr seht, Rücksetzer auch eher korrektiv anmutend das Ganze. Aber wir müssen damit rechnen. Ich habe es mehrmals gesagt, dass wir zumindest mal so eine Korrektur bekommen. In all den Märkten. Ich habe es eben beim DAO gezeichnet. Ich zeichne es hier beim DAX. Damit müsst ihr rechnen. Das ist der Grund, warum ich sage, von mir aus nochmal long. Es spricht ja hier im Kurzen vieles für die longen Seite. Aber sobald er diese Zielgrößen, diese Mindestzielgrößen erreicht hat, zieht zumindest den Stop nahe oder auf Höhe des Einstiegs, wenn ihr wollt, auch ein bisschen höher. Aber dass ihr nichts mehr riskiert. Wenn er dann noch weit läuft, freut ihr euch ein Loch im Bauch und sagt, Mensch, wie klasse ist das dann? Wenn er dann doch dreht, sagt er, naja, eine Chance habe ich gehabt. Jetzt macht er halt doch die größere Pause. Ist egal, kann ich nachher ja nochmal. Also ich hoffe, ihr versteht ungefähr, worauf ich hinaus will. Es gibt noch keinen Grund zu shorten. Es kann bald passieren, denn diese Rücksetzer, ich habe es jetzt mehrmals gezeichnet, stehen an. Aber noch nicht jetzt. Es gibt noch in diesem Moment keine vernünftigen Anzeichen dafür. Und deshalb bin ich zumindest vorläufig noch nicht wirklich auf der Short-Seite unterwegs. Jetzt einfach blindlängst zu shorten, ja, wird schon. Dafür sind die Märkte zu stark auf dem Weg nach oben. Aber seid sensibel dafür, wenn der Markt Schübe nach unten macht und wackelig nach oben. A, B, C beispielsweise. Das ist häufig ein Umkehrsignal. Lasst euch da nicht einlullen im Sinne von, nee, nee, wir sind ja im Bullenmarkt, kann gar nichts passieren. Zumindest so ein Rücksetzer. Das ist ja auch kein Drama, aber so einen sollten wir langsam aber sicher einplanen. Das spielt gar keine Rolle, ob das der DAX ist, ob das im Dow Jones ist. Ja, also ihr seht, erst nochmal so eine Korrektur hier irgendwie. Damit müssen wir rechnen, dass die bald ist. Auch im S&P 500 natürlich. Ich glaube, ich habe es eben schon mal gezeichnet. Rechnet damit, dass das passiert. Allerdings in diesem Moment noch nicht unbedingt. So, ich hoffe, dass euch das hilft. Dass euch das nicht mehr verwirrt, als dass es euch eine zusätzliche Unterstützung ist bei euren eigenen Handelsentscheidungen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Sag euch alles Gute und bis zum nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.